Yay, frohes Neues! Wisst ihr, alle Welt schreit nicht derzeit an, dass 2024 das Jahr der Künstlichen Intelligenz wird. Aber was wirklich viele übersehen, sind die enormen Änderungen, die sich auch in der Cyber Security gerade zeigen. Klar, KI spielt ja auch eine Rolle, aber dieses Jahr kommen einige wirklich wichtige neue, auch staatliche Regulierungen, die Firmen zwingen, etwas zu ändern. Bedrohungen sind auf einem Allzeithoch und gerade Deutschland hat Probleme, damit mitzuhalten. Und um mal ein Beispiel hier zu bringen, es ist jetzt der 4. Januar, wo ich dieses Skript schreibe, ihr bekommt das ein bisschen später. Schon jetzt gab es einen ziemlich üblen Hack auf das komplette Gerichtssystem in Victoria, Australien. Das sind noch andere Ausmaße als noch vor ein paar Jahren. Also, wenn ihr mich fragt, wird 2024 zumindest auch das Jahr der Cyber Security. Aber lasst uns das mal ein bisschen aufdröseln. Natürlich stimmt es auch, dass 2024 das Jahr der KI wird. Das werden wir uns auch noch separat in einem anderen Video ansehen. Aber gerade in der Cyber Security ist das sowohl Toll, toll, super toll! Als auch Everyone will please panic! Ich habe bereits gesehen, wie immer mehr Firmen KI einfach in ihre Produkte reinballern und teilweise einfach nur aus Marketinggründen. Ich möchte dich hier unterteilen. Es gibt Firmen oder Produkte, die KI für Cyber Security benutzen. Es gibt Firmen, die KI nutzen und die leider nicht ganz ordentlich absichern. Und es gibt natürlich Hacker bzw. Threat Actors oder einfach nur Trolle, die KI für Angriffe benutzen. Das sind drei unterschiedliche Szenarien. Alle drei werden wahnsinnig wichtig, vor allem dieses Jahr. Um Hacker abzuwehren, sind viele Dinge nötig. Aber nehmen wir mal die grundlegenden Dinge einfach an. Ein einigermaßen abgesichertes System, funktionierende Kontrollen und alles, was dazu gehört. Was sind dann noch die größten Probleme? Richtig, Menschen. Wie immer. Denn Menschen machen Fehler und Menschen fallen auf andere Menschen rein. Phishing und Social Engineering generell ist seit Jahren bei über 80% der erfolgreichen Hackerangriffe immer der erste Schritt gewesen. Denn Menschen, die nichts oder wenig mit Cyber Security zu tun haben, haben wirklich oft Schwierigkeiten zu erkennen, ob Mails oder Anhänge jetzt echt sind oder eben nicht. Ich habe da ein wirklich gutes Beispiel. Ich selbst bekomme etwa 10 Mails am Tag, die mir alle ein Produkt anbieten wollen, das ich dann bei euch bewerben soll. Davon ist ein Großteil natürlich nicht echt. Aber woran genau mache ich das jetzt fest? Woher weiß ich, dass ich das Dokument nicht lesen sollte, das da im Anhang ist? Kann ja gut sein, dass es ein echtes und vor allem gutes Produkt ist. Ich kenne mittlerweile einige der Absenderadressen. Ich erkenne Muster, wie es geschrieben ist. Aber nicht immer ist das leicht. Und meistens ist es mit Recherche verbunden. Das kostet sehr viel Zeit, die man häufig einfach besser verenden kann. Denn gibt sich der Angreifer jetzt in dem Fall Mühe, dann wird das sehr, sehr schwer. Hier kann KI helfen bei zum Beispiel der Erkennung von Auffälligkeiten oder eben besser bekannt als Muster. Denn genau das kann KI sehr gut. Und das ist natürlich nur ein Beispiel. Mustererkennung ist auch beim Monitoring ein großes Thema. Erkennt man das Muster eines Denial-of-Service-Angriffs zum Beispiel, dann kann man diesen stoppen ohne irgendwelche Konsequenzen. Oder fast keine zumindest. Der Angreifer hat also Ausgaben, aber nichts erreicht. Das ist toll für uns. Auch Systeme kann man analysieren. Verhält sich der Cloud-Container, das Android-System oder sogar der Code selbst, so wie er sollte? Oder sendet der vielleicht irgendwelche komischen Daten nach draußen, wirft Fehler oder, oder, oder? Das alles zu überwachen ist für Menschen sehr, sehr schwer. Aber gerade Muster zu erkennen ist halt eben genau das, was KI meist besser kann als Menschen. Ein riesiges Potenzial also. Leider können aber natürlich auch Hacker KI nutzen. Und das Paradoxe ist natürlich wie immer, ein Hacker, der kann KI einfach einsetzen. Der muss nicht nachfragen. Der muss keine Regulierung beachten. Auf Seite der Verteidiger ist das ein bisschen schwieriger. Der muss natürlich diese Regulierung beachten. AI Act, Datenschutz und alle anderen. Die sind ja nicht schlecht, sondern absolut sinnvoll. Aber Hacker halten sich da natürlich nicht dran und können so viel einfacher und flexibler agieren. Und vor allem immer die neuesten Dinge nutzen. Wir haben im letzten Jahr Fortschritte bei KI gesehen, die Hackern das Leben wirklich erleichtern. Stimmklonen zum Beispiel, die man einfach am Telefon nicht mal mehr erkennen kann. Das ist mittlerweile eine Leichtigkeit. Ich habe das selbst schon gemacht und es dauert Minuten, keine Stunden und fordert keine technischen Kenntnisse. Das ist eigentlich der Enkeltrick auf Steroiden, klar. Auch die Zeiten von 25 Rechtschreibfehler pro Satz in einer Phishing-Mail, die sind halt leider vorbei. Denn ChatGPT macht nur selten Rechtschreibfehler. Die Bewerbungen, die der Kollege in HR bearbeitet, ist halt jetzt wirklich nicht mehr unterscheidbar von einer Ransomware. Und auch Erpressung ist so leicht wie noch nie zuvor mit dem Jamba-Nacktscanner, der dank KI nun leider wirklich glaubhafte Ergebnisse produziert. Für Firmen, aber vor allem für nicht aufgeklärte Privatpersonen ist das alles unfassbar gefährlich. Solche Erpressungen finden bereits statt, meistens auf dem Schulhof. Aber das heißt nicht, dass sie deswegen weniger gefährlich sind. Deswegen müssen wir einfach so viel Medienkompetenz entwickeln, wie schon lange nicht mehr, in einer Zeit, die so kurz ist wie schon lange nicht mehr. Und genau das war aber leider in der breiten Masse an Privatpersonen immer genau ein Problem. Und genau diese Privatpersonen bringen dann eben auch die Trojaner mit ins Unternehmen oder in Schulen, von wo aus sie sich dann weiter verbreiten können. Aufklärung ist hier also meiner Meinung nach quasi das Einzige, das wirklich hilft. Aber das darf nicht einmalig sein. Wir sehen, wie schnell sich alles entwickelt, sondern es muss kontinuierlich gemacht werden. Und dann haben wir natürlich noch die schlauen Firmen, die gerne KI-First-Bedenken-Second machen. KI ist ein Hype-Train. Ich gebe zu, ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich eine Entwicklung sehe. Aber bevor man KI dann in sein fertiges Produkt einbaut, in Production, dass man dann auch wirklich auf alle loslässt, muss man die absichern. Das haben manche schon letztes Jahr erlebt. Prompt Injection ist eine ganz neue Kategorie von Angriffen geworden. Das Problem daran, es ist nicht mal fertig erforscht. Wir wissen also, dass KI überlistet werden kann und uns teilweise sogar private Daten aus dem Training verraten kann, wenn man richtig gut in diesem Prompt Injection ist. Das ist dann quasi das Äquivalent übrigens zu SQL Injection mit exakt demselben Gefahrengrad, aber wir wissen weder, wie man Prompt Injection erkennt, noch wie man es erfolgreich verhindert. Zumindest sind wir da noch am Anfang. Selbst ChatGPT, eine KI-Anwendung, die ausschließlich aus KI besteht und deren Firma mehrere Milliarden da reinbuttern kann, hat teils Probleme damit gehabt und hat sie noch immer. KI im Hintergrund ist meist kein Problem, aber bitte seid bei KI-Anwendungen, die ihr euren Usern hinwerft, wirklich, wirklich vorsichtig. Information bei der KI kann durchaus extrahiert werden. Anfragen an die KI von euren Usern kann durchaus in Massen verschickt werden und das führt dann zu Denial of Service. Denn KI braucht wahnsinnig viel Rechenleistung oder wenn ihr einfach APIs benutzt, dann wird es halt unfassbar teuer. Und es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn KI-DOS ein etablierter Angriff wird. Der Support-Chatbot, der einfach an ChatGPT eingebunden ist, ist vielleicht besser nicht als Flatrate benutzbar. Und so akut das Thema KI ist, man ist bei Cyber Security-Themen eigentlich immer ganz gerne einen Schritt vor den Entwicklungen als hintendran. Man möchte die Bedrohungen ja im besten Fall gerne ein, denn bevor sie einen erfolgreichen Angriff darstellen. Dadurch tut sich tatsächlich schon jetzt ein neues Feld der Quantum Readiness auf. Das hört sich erstmal ziemlich krass an und Quantencomputer wirken wahnsinnig weit weg. Aber ich hatte ja letztes Jahr schon ein Video dazu gemacht, dass selbst verschlüsselte Daten schon jetzt gesammelt werden. Auch von Hackern, Firmen oder sogar Staaten, um sie dann irgendwann später mal zu entschlüsseln. Mit Quantencomputern, die das können. Quantencomputer können manche Probleme, die wir derzeit nicht effizient berechnen können, schneller berechnen. Ihr könnt euch das so vorstellen, als hättet ihr ganz plötzlich einen Algorithmus, der eine Aufgabe wirklich berechnet, anstatt alles per Brute Force auszuprobieren. Und ein paar unserer aktuellen Verschlüsselungsalgorithmen sind davon auch betroffen. Natürlich sind Quantencomputer derzeit noch nicht stark genug dafür, aber es ist abzusehen, dass das demnächst irgendwann mal passieren wird. Vielleicht erst in ein paar Jahren. Und ja, auch hier wieder. Mit KI haben wir eine Wildcard bekommen, die eventuell solche Entwicklungen drastisch schneller macht. Google hat ja gerade erst vorgestellt, dass sie Millionen neue Materialien zum Beispiel mit KI entdeckt haben. Das könnte auch für Quanteneffekte einen Vorteil bringen, wie zum Beispiel mehr Stabilität. Wir wissen es halt einfach nicht. Deswegen fangen einige Firmen jetzt schon an, ihre Verschlüsselung umzustellen auf einen Standard, der postquantensicher ist. Ich verweise hier ganz gerne mal auf mein Video zu dem Wettbewerb, den die führenden Kryptografen dieser Welt bestritten haben, um uns eine Reihe quantensicherer Verschlüsselungsalgorithmen zu entwickeln. Dass ich das überhaupt sagen darf in einem Video, das fühlt sich krass an wie Cyberpunk, ist aber wirklich aktuell. Das ist also auch ein wichtiges Thema, das viele Firmen derzeit angehen, jetzt wo wir die Algorithmen haben. Und ich kann das nur empfehlen. Dazu kommt dann aber auch noch ein Thema, das eigentlich nicht wirklich was allzu Neues sein soll. Das passiert jedes Jahr. Bedrohungen werden immer und immer mehr. Und zeitgleich werden die Bedrohungen bedrohlicher. Vor vier Monaten hat Bitcoin in einer Studie veröffentlicht, dass Hackerangriffe nur in Deutschland etwa 206 Milliarden Euro Schaden anrichten. Nur in 2023. Das sind, und jetzt ganz kurz festhalten, 5% des gesamten Bruttoinlandsprodukts von Deutschland. Die Zahlen sind natürlich einfach lächerlich hoch und immer noch am stark am steigen. Und für 2024 wird der Schaden sogar wahrscheinlich nochmal höher. Das ist insane. Und allmählich kann das kaum mehr jemand ignorieren. Auch der Döner mit Online-Shop einfach nicht mehr. Dennoch drängen immer mehr Unternehmen in diesen Markt rein und wollen alles digitalisieren, was ja an sich nicht falsch ist. Aber was in Deutschland ein bisschen anders abläuft, als vielleicht in anderen Ländern. Deutschland hat verhältnismäßig viele KMUs, also kleine und mittlere Unternehmen. Hier muss zwar ebenfalls digitalisiert werden, um mithalten zu können, aber das ist schwieriger, je kleiner das Unternehmen ist. Denn was ist der große Vorteil von Digitalisierung? Richtig, es skaliert besser. Wenn ich 5 Nutzer auf der Bootstrap Academy habe, sind die Kosten für die Entwicklung eigentlich genau gleich hoch, wie wenn ich 50.000 Nutzer auf der Bootstrap Academy habe. Klar, die laufenden Kosten sind dann vielleicht nicht ganz dieselben, aber die sind oft nicht gerade das Problem, sondern die Entwicklung ist sehr teuer. Und natürlich gehört zur Entwicklung auch die Sicherheit. Egal ob 10 Mitarbeiter oder 10.000, meine Kommunikation, meine internen Daten, all das muss sicher sein. Aber ein Unternehmen mit 10 Mitarbeitern hat klassischerweise natürlich deutlich weniger Leute, die für Cyber Security zuständig sind. Klar, es gibt ein bisschen weniger zu klauen, deswegen nicht ganz so attraktiv. Aber wenn der Aufwand für einen Angriff super niedrig ist, dann wird man ein leichtes Ziel. Lieber schnelle, leichte Beute als große Beute, die man vielleicht dann doch nicht bekommen kann. Deswegen setzen viele kleinere Firmen auf Dienstleister. Ja, richtig. Keine Server in ihrem eigenen Keller, für die man Security braucht, sondern Cloud. Keine eigene Entwicklung, sondern WordPress. Keinen eigenen Messenger, sondern Matrix. Das macht ja alles durchaus Sinn. Das machen wir nicht anders. Nur leider haben wir dann ein neues Problem und zwar Supply Chain Hacking. Wird ein Zulieferer gehackt, können viele Firmen, die dort einkaufen, auch oft übernommen werden. Ein tolles Beispiel hat man im vergangenen Jahr auf YouTube schon gesehen. Stellt es euch so vor, ein YouTuber nutzt eine Management-Software für YouTube und andere Social Media Kanäle. Darüber kann man Videos für YouTube, Insta etc. veröffentlichen. Das wäre ja ganz angenehm, denn dann habe ich alles an einem Ort und muss mich nicht überall einloggen permanent. Die wird dann aber gehackt. Aber wenn man sich jetzt dort einloggen kann, hat man ja auch die Rechte, Videos zu veröffentlichen. Klar, dazu sind die ja da. Die Hacker können jetzt also Videos veröffentlichen in dem Namen der Creator. Der Creator wurde in dem Fall nicht mal gehackt und YouTube wurde auch nicht gehackt. Kein Passwort wurde gestohlen, nur die Management-Software wurde gehackt. Das ist ein Supply Chain Angriff. Das trifft natürlich eigentlich jedes Unternehmen, denn naja, ich kann halt nicht sicherstellen, dass jede Software, die ich kaufe, immer sicher ist. Aber im Grunde ist das ja genau das, was CVEs machen. Und warum Zero-Day-Exploits so wichtig sind. Je mehr ein Produkt genutzt wird, desto gefährlicher wird es und desto seltener im besten Fall und vor allem teurer sind diese Zero-Day-Exploits. Also, ich fasse nochmal kurz zusammen. AI ist eine wichtige Wildcard, die man einfach momentan nicht einschätzen kann. Quantencomputer sind demnächst dann mal da und schon jetzt eine Bedrohung. Und die ganz normalen Angreifer werden immer mehr. Und die deutsche Wirtschaft leidet in Zahlen, die allen Angst machen. Ja, wer hat denn das größte Interesse, diese 5% des Bruttoinlandsprodukts wieder reinzubringen? Richtig, der Staat. Deswegen will der Staat, sagen wir, die Firmen ein bisschen motivieren, Cyber Security besser durchzuführen. Und so gibt es tatsächlich volle vier neue Richtlinien, die dieses Jahr wichtig werden. Für euch sind die potenziell alle interessant, denn Unternehmen, die neue Richtlinien umsetzen müssen, brauchen Leute, die das tun und sich da auskennen und Leute, die sie testen. Der Digital Operations Resilient Act, kurz DORA, möchte, wie der Name schon sagt, die Resilienz im Finanzbereich stärken. Resilienz heißt, wenn gehackt, dann schnell wieder fit. Dazu gehört dann mehr Berichtspflicht, Risikomanagement und eben noch vieles mehr. Will ich jetzt gar nicht zu tief betrachten, denn DORA ist eigentlich schon seit ziemlich genau einem Jahr in Kraft getreten. Die Unternehmen haben aber bis nächstes Jahr Zeit, bis alles umgesetzt sein muss. Und das wird dieses Jahr tatsächlich sehr sportlich für den ein oder anderen, denke ich mal. Warum, sehen wir dann in Punkt 5. Neu dazu kommt dieses Jahr aber die NIST-2-Direktive, die, wer hätte gedacht, die NIST-Direktive aktualisiert. Hier werden die Sicherheit von Netzwerken und Informationssystemen, also alles, thematisiert. NIST-2 definiert aber, was zur kritischen Infrastruktur gehört und demnach deutlich höhere Auflagen für Cyber Security insgesamt erfüllt. Und in NIST-2 sind noch mal einige Unternehmen mehr als davor, ungefähr 30.000. NIST-2 ist auch seit letztem Jahr in der EU in Kraft getreten, aber erst Anfang Oktober dieses Jahres müssen die Mitgliedstaaten festgelegt haben, wie genau NIST-2 dann etwa in Deutschland auszusehen hat. Dann haben die Unternehmen, die da neu dazukommen, etwas Zeit für die Umsetzung und, naja, dann wird geprüft, bestraft und neu umgesetzt. Und die Strafen sind noch deutlich saftiger als davor. Und dann kommt dann noch einer dazu, der Cyber Resilience Act. Klingt krass, oder? Noch mehr Resilienz natürlich. Gerade erst letzten Monat beschlossen und jetzt noch einiges an Zeit für die Umsetzung. Das Ganze wäre an sich aber natürlich auch ein eigenes Video wert, wie die anderen Richtlinien auch. Der KRAR soll sicherstellen, dass Produkte mit digitalen Eigenschaften, also Software und Hardware, sicher verwendet werden, widerstandsfähiger gegen Hacker sind und auch besser über Sicherheitseigenschaften informieren, sodass wir als Käufer dann leichter wissen, dass manche Smartphones nach zwei Jahren quasi teurer Elektroshots sind oder einfach angreifbar sind. Die Produkte werden dann in Listen eingeteilt, je nachdem wie wichtig sie sind und müssen eben mehr Auflagen erfüllen. Euer Browser zum Beispiel ist vermutlich wichtiger als irgendein Handy-Game. Diese Listen werden von der Europäischen Kommission vorgeschlagen und dann aktualisiert. Und dann gibt es ja noch den AI Act, der erstmal so richtig KI reguliert. Dabei geht es auch um Security, beispielsweise Datenschutz ist ein riesiges Thema beim AI Act. Man möchte Innovation, aber gleichzeitig Schutz, indem man eben die Risiken von KI-Systemen kontrollierbarer macht. Speziell Hochrisiko-KI-Systeme sind ein riesiges Thema im AI Act, aber auch der ist wieder ein eigenes Thema für ein extra Video. Vor allem, da wir noch nicht so richtig wissen, wie man das überhaupt umsetzen kann. Im Grunde haben wir also ziemlich viele neue Richtlinien, die sagen, was man machen muss, aber nicht unbedingt wie genau. Und dazu kommt der größte Punkt dazu. All das wird mit viel zu wenig Personal gemacht werden müssen. KI einsetzen, aber auch KI absichern. Gegen Quantencomputer absichern. Richtlinien umsetzen und so viele Systeme wie nie zuvor gegen so viele Angreifer wie nie zuvor absichern. Leute, die in der Security arbeiten, haben momentan wirklich viele Aufgaben vor sich. Erschwerend kommt hinzu, dass es einfach viel zu wenige gibt. Eine Umfrage von Sophos sagt, dass sich die Aussage, Fachkräftemangel in der IT in 71% der Fälle auf IT-Security bezieht. Das war im Dezember und das wird, das kann ich fast mit Sicherheit sagen, dieses Jahr nicht besser werden. Im Gegenteil, es werden mehr Aufgaben und somit werden noch mehr Leute nötig. Für euch und auch für mich hat das natürlich den angenehmen Effekt, dass unsere Bezahlung lächerlich hoch ist. Aber trotz allem, passt auf euch auf, denn gerade in der Cyber Security ist ein Burnout wegen der hohen Last und der Verantwortung auch einfach nichts Seltenes mehr. Also was heißt das alles? Wenn ihr viel zu tun haben wollt, gut verdienen wollt, dann bildet euch einen Bereich Cyber Security fort. Ich persönlich plane speziell für dieses Jahr da ein ganz besonderes Projekt für euch, aber ich will nicht spoilern, falls es doch irgendwie Schwierigkeiten gibt. Aber ihr wisst, grundsätzlich, ich habe mir vorgenommen, an dieser Situation was zu ändern und mit ausreichend Bildung haben mir schon einige von euch geschrieben, wurden sie auch mit Handkuss genommen. Auch ohne Studium, zum Beispiel nach der Ausbildung. Hier ganz kurzer Shoutout an meine Academy, wo ihr hoffentlich wirklich einige spannende Videos zu dem Thema finden werdet. Die Themen, Regulierung und Aufgaben sind zwar unfassbar komplex, jeder Bereich ist anders, aber das macht doch irgendwie die Herausforderung, die Abwechslung und für mich zumindest auch den Spaß aus. Ja, ich bin definitiv der Meinung, 2024 wird ein wichtiges Jahr in der Cyber Security.